So, wir bewegen uns jetzt gar nicht weit weg von Kreuzegg. Und zwar zu unserem Fahrtplatz, wo unser nächste Truppe gerade arbeitet, an einer Art lebendigen Tribüne. Wir machen hier ein Gabionen. Das wird ein Biotop für die Salamander und Insekten, dass sie es im Sommer vor der Hitze verstecken können. Und auch, dass uns Zuschauer beim Fußballspielen oder einfach nur am Turnen, dass uns die Tür schauen können. Und das wird einfach ein gemütlicher Sitzplatz werden. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir jetzt beim Projekt der Burma. Ja, da hat es gestern schon freisicht gegeben. Seid ihr es motiviert? Perfekt!